Servus ihr süßen Mäuschen, ich bin so euer falscher Kanal. Servus liebe Board of Warcraft Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist mal wieder eine neue ID und ich hatte ja letzte Woche ein kleines Video gemacht, wo ich die Tresore, also die großen Schatzkammern auf allen meinen Charts geöffnet habe. Das Ganze kam ziemlich gut bei euch an und ich fand es war auch ganz nett, sich unter den Videos mit euch auszutauschen, was ihr so bekommen habt. Das war ein ganz cooler Plausch, deswegen dachte ich mir, mach mal das diese Woche auch mal wieder, ne? Genau. Und ich kann schon mal verkünden, mein Ziel ist es für nächste Woche noch einen Charme am Start zu haben, dass hoffentlich dann mein Paladin auch auf Stand ist, dass ich da die Charts aufmachen kann. In dieser Woche sind es aber noch nur drei Charts und ich habe auch tatsächlich ein bisschen weniger an Loot aktuell zur Verfügung, dadurch, dass ich jetzt krank war die letzten Tage und mir es nicht so gut ging. Aber davon wollen wir uns nicht aufhalten lassen. So, viel Gerede. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und damit starten wir bei meinem Main, dem Droiden, durch. Und da habe ich für ein anderes Video schon mal reingespickt und ich hätte in jedem Fall ein Upgrade rausgezogen. Interessant waren diese Woche eigentlich nur zwei Items, weil nur zwei auf Stufe 2.26 sind. Die HC-Dinger wären irrelevant für mich gewesen, außer es wäre ein Waffentoken gewesen, weil ich unbedingt eine Waffe für Tank brauche. Ich will Mythic Plus demnächst tanken und ich kriege keine Waffe ran. Äh, egal. Letzten Endes, die beiden Items, die interessant sind, sind dieser Gürtel. Den habe ich aber schon. Einziger Vorteil wäre hier der Sockel. Alternativ gibt es diese Handschuhe. Da habe ich noch zwei Dreizehner. In diesem Sinne werde ich mich auch für die Handschuhe entscheiden. Ich habe das Ganze durchgesimmt. Die geben mir das größte Upgrade. Damit komme ich auf, ich glaube, eine Plus-DPS von 50, 60 waren die in dem Dreh. Also nehmen wir mal mit. Damit gibt es auch ein Item-Level von 221. Das ist doch ganz nett. Nehme ich auf jeden Fall. Meine alten Handschuhe werde ich aber auch definitiv nicht wegkicken. Da ist Versa drauf und die machen sich, denke ich, ganz gut für PvP und fürs Tanken sollten die auch noch gehen. Und ja, ich habe einen kleinen Tick und ordne alle meine Items in der Tasche so an, wie sie in der Char-Fenster-Reihenfolge aufgelistet werden. Heißt also, Handschuhe kommen nach den Handgelenken. Wer was anderes macht, hat keine Ahnung. So, gucken wir mal, ob ich diese Woche wieder auf jedem Char den selben Keystone kriege. Auf jeden Fall blutigen Tiefen diese Woche. Dann würde ich jetzt sagen, was machen wir als nächstes? Schieben wir den Hunter jetzt mal rein. Ich glaube, letzte Woche hatte ich erst den Monk gemacht. Erst den Hunter? Egal. Wir machen jetzt den Hunter. So, auf meinem Hunter, muss ich sagen, habe ich auch wieder nicht allzu viel mit sich Plus gespielt. Ich glaube, ich habe tatsächlich sogar, sowohl auf dem Hunter als auch auf dem Monk, nur ein Item zur Auswahl, wenn mich nicht alles täuscht. Dadurch, dass ich halt die letzten Tage etwas krank war, habe ich wirklich sehr wenig gespielt. Und, naja, auch keinen Raid gemacht und so weiter. Aber ich habe mal mit meinem Hunter auch einen höheren M-Plus-Key gemacht, mindestens was so drin war. Ich dachte schon, da wäre mein Legendary drauf. Aber ich kriege Stiefel auf 213. Crit Versa gegen Crit Mastery. Ist, glaube ich, nicht die besten oder sind nicht die besten Stats für mich. Aber in dem Falle, es ist ein deutliches Upgrade um 16 Item-Level. Und da nehme ich das sehr, sehr gerne mit. So, blutigen Team. Ja, Alter, ich habe letzte Woche auf jedem Char Theater der Schmerzen gekriegt. Wenn ich jetzt auf jedem Char blutigen Tiefen kriege, dann ist an diesem System irgendwas rigged. Ganz eindeutig. Also, weiß nicht. Ja, ich bin jetzt 199 im Schnitt. 199,4. Also knapp vor der 200. Alter, mit der Eule auf. 221,7. Sehr, sehr nice. Also, es wächst und gedeiht. Und an dieser Stelle schauen wir nochmal schnell, ob es eine Stiefelverzauberung auf unserer Gildenbank gibt. Oh, ich blicke hier immer überhaupt nicht durch. Stiefel. Handschuhe. Stiefel. Beweglichkeit. So, dann nehmen wir uns die noch schnell mit. Besten Dank an unsere coole Gilde. Und, ja, dann haben wir die Stiefel auch. Ich habe jetzt nicht extra durchgesimmt, wie viel Upgrade es ist. Da, ähm, auf dem Char, wenn du eh nur die Auswahl hast für ein Item, dann, ähm, nehme ich es einfach so, wie es kommt. Ich hoffe jetzt aber, dass ich auf meinem Monk ein cooles Teil ziehe. Ich würde da gerne, oder ich würde gerne in Zukunft ein bisschen mehr mit dem M-Plus pushen. Und ich habe noch so ein paar Items, die sind so, glaube ich, auf 190, 1 oder 2. Hm, da könnte vielleicht was Schönes dabei sein. Eine Waffe wäre auch ziemlich sexy. Da habe ich noch eine nicht so gute. Die würde mein Damage ziemlich, ziemlich pushen. Aber, bevor wir lang drum rum reden, gucken wir es uns einfach direkt an, was auf dem, ähm, Monk am Start ist. Monk ist am Start und wir reiten zu unserer Truhe. Also, ich mache es jetzt nochmal ein bisschen spannender, wenn wir schon nicht so viel Auswahl haben. Was hätte ich gerne? Kopf wäre nice. Ähm, Brust wäre nice. Armschienen wäre nice. Waffe wäre nice. Gürtel würde ich nehmen. Also, alles eigentlich unter 200. Die Schuhe. Trinkets sind okay. Aber am liebsten wäre mir eine Waffe. Aber ich glaube, am Ende kriege ich irgendwie, weiß nicht, Schultern. Ich habe kein gutes Gefühl gerade. Ich habe schon auf zwei Chars Items gekriegt, die ich tatsächlich auch noch gebrauchen kann. Ob ich jetzt die zweite Woche in Folge das Glück habe, auf drei Chars nur Items zu kriegen, die ich gebrauchen kann, das wäre ein sehr, sehr großes Wunder. Also, machen wir die Kiste auf. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Und, und, und? Ah, ich bin hin und her gerissen. Scheibenkleister. Okay. Folgendes. Es ist eine Waffe. Das ist ziemlich nice. Es ist aber eine Einhandwaffe. Das ist nicht ganz so nice. Weil, und hier ist wieder die nächste Sache, Einhandwaffen sind für Windwalker eigentlich besser. Aber ich habe, wie ihr euch das vorstellen könnt, keine zweite Einhandwaffe. Und das stellt mich jetzt vor ein kleines Problem. Ach, ist das bitter, ey. Jetzt muss ich zusehen, woher ich eine zweite Einhandwaffe kriege, die am besten dann auch noch ein Itemlevel von 200 oder mehr hat. Da sind 48 DPS drauf. Ja, 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 gut. Ich muss mal schauen. Vielleicht habe ich Glück und es gibt irgendwas an Worldquests zu tun, wo ich die Waffe oder noch eine Waffe vielleicht herbekomme. Ich könnte mir vorstellen, dass sonst zur Not ein, weiß nicht, 197 auch noch ein Upgrade wäre. Ähm, schauen wir einfach mal. Und Schlüsselsteinnebel von Tirna Shki. Also da mal kein blutige Tiefen. Ach, ich weiß nicht. Auf der einen Seite ärgert mich das jetzt ganz, das Ganze ein bisschen. Weil ich, es ist nice, weil ich eine Waffe habe, aber es ist nicht so nice, weil ich keine zweite Waffe habe. Und ja, wer die letzten Videos gesehen hat, hat gesehen, dass ich einen Worldquest-Add-On vorgestellt habe, womit man das Ganze tracken kann, was ich jetzt nicht mehr aktiv habe. Und wer sich fragt, warum. Ich muss sagen, da war ich dann doch ein Gewohnheitstier. Die ersten zwei, drei Tage hatte mir das Add-On ziemlich gut gefallen. Mittlerweile nicht mehr so. Einzige Option, die ich hätte, aber ich habe natürlich auch sehr viel Ehre auf meinem Mönch und sehr viel Eroberung. Was noch eine Alternative wäre, dass ich PvP spiele und mir darüber eine zweite Einhandwaffe auf 200 Item-Level besorge. Das wäre noch eine Option. Dadurch, dass wir jetzt nicht so viel Auswahl hatten, mache ich mir nochmal den Spaß und nehme euch jetzt mal mit zum Ehrehändler beziehungsweise zum Eroberungshändler. Die Minute haben wir jetzt noch und gucken mal, wie viel Eroberung ich brauche für eine Einhandwaffe ist es, glaube ich, nicht ganz so viel wie für eine Zweihand. Dementsprechend... Okay. Okay, 900. Eine Axt und sogar mit Biss-Stats. Also. Heißt, ich müsste mich ranhalten und 900 Eroberung rausholen. Das sollte eigentlich machbar sein, denke ich. Also, Target für den Monk. Eroberung knallen. Da halte ich mich jetzt mal ran. Dann habe ich noch eine zweite Waffe. Vielleicht schaffe ich es ja sogar als Rating so zu pushen, dass ich das Ding auf 207 drücken kann. Wir werden sehen. Wäre cool, wenn es klappt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber ich will unbedingt diese Waffe benutzen. Das ist schon recht sexy. Also gut, das war's dann mit den Videos, mit den Pack-Openings aus World of Warcraft für diese Woche. Wie gesagt, nächste Woche hoffe ich ein bisschen mehr A, Auswahl am Start zu haben und B, noch ein Charme mehr, dass wir... ja, dazu uns noch ein bisschen mehr anschauen können. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Hoffe, es geht euch gut. Lasst es euch gut gehen. Lasst euch nicht ärgern. Seid lieb zueinander. Wer meinen aktuellen Community-Post gelesen hat, Arschlöcher gibt schon genug. Und das muss ich auch so ehrlich sagen. Also, seid nett zu euren Mitmenschen und dann wird alles ganz, ganz toll. In diesem Sinne nochmal danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video und reingehauen. Bis zum nächsten Mal.